Jungs, es ist offiziell, wir verpflichten Robin Meissner vom HSV, der 22-jährige Mittelstürmer hat bei uns unterschrieben bis Sommer, leider nur eine Laie, aber ich sag euch ehrlich, ich bin wirklich positiv überrascht von den Transfers, die Pike tätig. Hier unser schwedischer U21-Nationalspieler, dann haben wir Becker ausgeliehen von Schalke 04 für die Verteidigung und jetzt auch nochmal ein richtiger Stürmer neben Verhookt, den man auch mal reinbringen kann, wenn es nicht so gut läuft, so wie es aktuell der Fall ist mit dem Tore schießen. Da will ich auf jeden Fall was sehen, vielleicht guckt ja der ein oder andere Hamburger auch das Video, da kann ja gerne mal, würde ich mich freuen, reinschreiben, ob der Robin Meissner, ob der Junge was taugt. Ich meine, er war auch in der St. Pauli-Jugend, aber ja, am Ende möchte jeder Spieler Spielzeit und das hat er beim HSV leider nicht so wirklich mehr bekommen. Jeder, der die Hansa-App hat, wird wahrscheinlich auch schon Bescheid wissen, ihr könnt euch die App natürlich unten in der Beschreibung mal downloaden, ist keine Werbung oder sonst was, aber die Hansa-App ist auf jeden Fall empfehlenswert, deswegen schaut da gerne mal rein. Bei uns wird er, denke ich, viel Spielzeit bekommen, ich hoffe, er kann sich durchsetzen und sein Potenzial zeigen, uns zum Klassenerhalt schießen, am besten am letzten Spieltag gegen den HSV in unserem Ostseestadion, aber das werden wir sehen. Insgesamt hat er zehn Spiele, zehn Zweitligaspiele absolviert mit drei Toren und zwei Vorlagen, ja, hört sich jetzt vielleicht noch nicht so doll an, aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich muss einfach mal sagen, top, Pike, das sind Spieler, die uns auf jeden Fall weiterhelfen können, um die Klasse zu halten und ich bin auch positiver und guter Dinge, dass wir das erreichen werden, vor allem die letzten Spiele haben es gezeigt, es fehlen die Tore und jetzt mit Meißner haben wir da hoffentlich der zweite Meißner in der Lücke geschlossen. Wie seht ihr das? Eure Meinung zum Transfer? Gerne mal unten in die Kommentare. Nächste Woche geht es ja auch zum Ostderby nach Dresden. Ich habe auch gehört, dass ab Dienstag beschlossen werden soll, dass 10.000 Zuschauer dann am Wochenende rein dürfen und ich werde da natürlich mal schauen und gucken, ob ich da vielleicht an Karten komme. Ich kenne auch zwei, drei Dresden-Fans, vielleicht hier unter den Kommentaren gibt es auch noch Mitglieder oder so, die mir da weiterhelfen können, aber ja, ich schaue einfach mal und eventuell gibt es dann auch mal wieder einen geilen Vlog. Mehr kann ich nicht sagen, die Tradition wird weiter fortgesetzt, dass wir vom HSV Spieler verpflichten bzw. Ausleihen der HSV von uns, damals auch Barbares, Beinlich, Piekenhagen, da gibt es wirklich so viele Wächter. Und jetzt wünsche ich euch noch einen entspannten Abend, macht's gut, die DFB-Pokal-Auslosung war ja auch und ja, bis zum nächsten Mal, da sind wir leider rausgeflogen, aber gut, haut rein! Bis zum nächsten Mal, da sind wir wieder rausgeflogen.